Mit dem Montageset kannst du einen Burly Encore X Fadet Anhänger auf deinem Oskar montieren. In dem Anhänger findet sich Platz für bis zu zwei Kinder. Am Ziel angekommen lässt sich der Anhänger ganz leicht abnehmen und als Kinderwagen weiterverwenden. Sobald du den Trailer abgenommen hast, musst du nur noch die Räder anstecken und schon kannst du losfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017